Die kalte Jahreszeit ist eine Zeit, mit der auf richtige Ernährung und vor allem auf ausreichend Vitamine geachtet werden sollte. Mit ein bisschen mehr Ruhe und einem guten Kräuterbuch erlangen Sie neben Entspannung auch das Wissen, sich für den kommenden Frühling fit und gesund zu erhalten. Hallo, ich begrüße Sie wieder recht herzlich bei unserer Serie der Natur auf der Spur. Heute erzähle ich Ihnen Wissenswertes über die Vogelmiere. Die meisten Gartenbesitzer kennen die Vogelmiere mit ihren kleinen Sternblüten als lästiges Unkraut. Dabei ist sie ein wertvolles Wildgemüse und ein guter Schutz und Mulchersatz für den nackten Boden. Man kann sie fast das ganze Jahr ernten, um zum Beispiel daraus eine Suppe herzustellen, die ich wie folgt zubereite. Ich röste Zwiebeln in etwas Butter, gebe kleingeschnittene Kartoffelwürfel dazu, gieße mit Gemüsebrühe auf. Wenn die Kartoffeln weich gekocht sind, kommt die kleingeschnittene Vogelmiere dazu und wird sofort mit etwas Schlagobers püriert. Als Dekoration streue ich noch frisch geschnittene Vogelmiere über die Suppe. Sie können auch Ihren Blattsalat mit der Vogelmiere verfeinern. Auch in Aufstrichen schmeckt sie vorzüglich. Diese Speisen regen den Stoffwechsel und auch die Verdauung an. Auch gegen Hautprobleme hilft die Vogelmiere. Sie lindert juckende Eczeme. Die Vogelmiere wird auch Sternmere oder Hühnerdarm genannt. Der Name der Vogelmiere entstammt der Beobachtung, dass Blätter und Samen gerne von Vögeln, Hasen und Hühnern gefressen werden. Sie enthält viel Vitamin C, Kaliumsalze, Kieselsäure, Saponine und Schleimstoffe. Dieses unscheinbare Pflänzchen schenkt neue Lebenskraft und tritt der Frühjahrsmüdigkeit entgegen. Ihr Geschmack erinnert an Mais. Schon im 19. Jahrhundert wurde die Vogelmiere von Sebastian Kneipp für die Heilkunde entdeckt. Wegen ihrer schleimlösenden Wirkung nannte er sie auch Lungenkraut. Das Rezept für einen schleimlösenden Tee. Sie nehmen einen Teelöffel Vogelmierenkraut, frisch oder getrocknet, überprühen es mit einer Tasse kochendem Wasser, lassen das Ganze fünf bis sieben Minuten ziehen, dann seien sie ab und trinken davon zweimal täglich eine Tasse warm und das vier bis sechs Wochen lang. Mischt man Vogelmiere zu gleichen Teilen mit Spitzwegerich und Schachtelhalm, kann man den Erfolg verbessern. Will man das Kraut trocknen, ist das früher die beste Zeit dafür. Man pflückt die ganze Pflanze ohne Wurzeln. Die Vogelmiere hält große Schätze in der Hausapotheke und in der Kräuterküche bereit. Vielleicht haben auch Sie jetzt Lust bekommen, sich die Vogelmiere zur Freundin zu machen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und alles Liebe bis zum nächsten Mal, Ihre Kräuterpädagogin Gisela. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und alles Liebe bis zum nächsten Mal. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und alles Liebe bis zum nächsten Mal. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.